herzlich willkommen heute zu einem neuen kraftwerk die geheimnisvolle rote schnur diese rote schnur wurde ein zeichen der rettung ein zeichen der befreiung rahab und ihre familie entging dem gericht weil sie die rote schnur ins fenster gehangen hatten diese rote schnur steht für ein symbol nämlich für das blut jesu rahab hatte die spione gerettet sie hatte ihr leben riskiert um die männer zu schützen zum dank wurden sie dem schutz gottes unterstellt wo das rote seil sichtbar war kam der schutz gottes auf die person in jose 2 vers 14 und 18 wird das erklärt und es soll geschehen wenn der herr uns das land gibt dann werden wir gnade und treue an die erweisen da ließ rahab sie an einem seil durch das fenster hinunter denn ihr haus befand sich an der stadtmauer siehe wenn wir in das land kommen musst du dieses rote seil in das fenster binden durch das du uns heruntergelassen hast und muss deine vater deine mutter deine brüder und das ganze aus deines vaters zu dir versammeln das rote seil war für rahab was das blut des lammes für die israeliten in ägypten war was für uns das vergossene blut jesu am kreuz war römer 5 vers 9 sagt wie viel mehr nun da wir jetzt durch sein blut gerechtfertigt sind werden wir durch ihn vom gericht vom zorn gerettet ifhese 1 vers 7 sagt in ihm haben wir die erlösung durch sein blut die vergebung all unserer vergehen und hebräer 9 vers 14 erklärt uns wie viel mehr wird das blut des christus unser gewissen reinigen von allen toten werken damit wir dem lebendigen gott dienen kann und hebräer 10 vers 19 sagt durch das blut jesu haben wir freiheit zum eintritt ins heiligtum und petrus schreibt im ersten petrus 1 vers 19 sondern wir sind erkauft mit dem kostbaren blut christi als eines lammes ohne fehler und ohne flecken und der prophet jesai am 53 kapitel greift dieses bild auf und sagt in seinen wunden sind wir geheilt das blut jesu reinigt uns von aller sünde und heilt uns von allen gebrechen das blut jesu ist die medizin gegen jede sünden krankheit das blut jesu heilt uns von allen vergiftungen des teufels in dieser welt und das blut jesu offenbart uns die liebe gottes halleluja das ist warum wir das abendmal so lieben und uns daran erinnern es ist durch das blut jesu alles bezahlt alles vollbracht und wir kommen rein in die rettung in den segen in eine neue zeitrechnung nämlich die zeitrechnung des sieges in christus jubel darüber und dank dem herrn für seinen rettungsplan heute sei gesegnet vielen dank dass sie unser kanal besuchen es ist unser ziel ermutigung und freude am glauben weiterzugeben mit einer monatlichen spende von 10 euro helfen sie uns diese wertvolle arbeit weiterzumachen gemeinsam für gottes reich gott singt darauf im Untertitelung des ZDF, 2020